Und damit willkommen zurück zu Prison Architekt, wo wir hier noch ein paar Abflüsse hinsetzen. Nicht dahin, dahin. So, einfach mal zur Sicherheit, damit hier nicht alles überschwemmt wird, was auf dem Gang so unterwegs ist. Wir warten immer noch drauf, dass die hiermit fertig werden. Ich gehe aber davon aus, dass das echt noch eine Weile dauern wird, obwohl die gut im Gang sind. Oh, nein, 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 nein. Die hatten da einen Pinsel, oder was auch immer das war. Weil, wie man sieht, die Duschen sind immer gut benutzt. Das ist echt eventuell ein bisschen Mangelware. Aber da fällt mir gerade ein, ich muss hier oben ja noch die Versorgungslinien ziehen. Das heißt, einmal hier lang, einmal hier lang. Das Geruckel müsst ihr dann ertragen. Und auch hier lang. Ich hoffe, der Abstand hier reicht noch, also von dem Rohr, aber ich glaube schon, dürfte so sein. Und jetzt fehlen noch Wachpatrouillen, die hier quer durch den Raum gezogen werden. Da soll einer hin, da soll einer hin. Und dann soll da wieder einer hin. Hier ist okay, da auch. Soll aber jetzt noch auf zwei Reihen jeweils einer. Und hier vorne eine Wachpatrouille, ein Hund. Und dann werde ich jetzt hier noch schnell einen Zwinger ziehen. Damit wir auch noch eine Chance haben, ein paar mehr Hunde einzustellen. Machen wir da einen Dreiergang? Ja, das ist die Kantine. Machen wir einen Dreiergang. Und da kommt eine Gefängnistür rein. Hier an die Ecke. Dann kommt hier ein Raum rein. Und zwar der Zwinger. Wollen wir jetzt auch schon ein paar haben. Aber damit wir einfach noch ein paar Hundeführer einstellen können. Objekte, Hundeführer. Zack. Noch einmal eine drastische Zwingererweiterung. Eigentlich wollte ich hier noch den Personalraum einfügen. Fällt mir gerade ein. Den müssen wir dann auch noch schnell bauen. Und natürlich Licht. Strom dürfte liegen. Strom liegt. Sehr schön. Ne, kann ich noch nicht zuteilen. Fehlen noch die Wände. Kriege ich hier noch einen Mitarbeiterbereich rein. Hier vorne kriege ich noch einen Mitarbeiterbereich rein. So, da machen wir dann Betonwand. So. Personaltür. Raum. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Personalraum. Da haben wir ihn doch schon. Jetzt ist schon der achte dann. Also. So, ich übertreibe es mal wieder mit den ganzen... Äh... Räumen. In die Mitte kommt dann eine Sofa-Sitzecke. Ein in jede Richtung. Natürlich ein Billardtisch. Den wir dort finden. Der kommt hier an die Ecke. Spielautomaten. Komm hier drüben hin. Ein Radio hier vorne. Zusammen mit einem Getränkeautomat. Und dann hätte ich gerne einen Fernseher auf der Seite. Auf der Seite. Auch mit einem Getränkeautomat. Und falls wir mal welche haben, die hier drin gerne beten würden, dann machen wir da ein paar Gebetsmatten hin. Weil Personal habe ich noch nie in der Kapelle gesehen. Außer zum Putzen oder zum Wacheschieben. Aber ansonsten... Jetzt kommen nochmal 49 dazu. Haben wir die anderen alle schon verteilt? Sind sie da? Ja, haben wir. Na gut, ist auch schon 5 Uhr nachmittags, ne? Also. Meine Güte, hier muss ich echt ein bisschen... Komm mal hier. Machen wir hier... Objekt-Tür. Auch wenn die Bewährung dann vielleicht nicht mehr stimmt. Aber ich muss da die Wand weg haben. Also... Das geht so gar nicht. Abreißen. So, so ist gut. Ja komm, mach ein bisschen Platz. Das brauchen wir. Der dreht sich da im Kreis. Der kommt gerade zu nix. So, auswählen. Damit hier ein bisschen Fluss durchkommt. Das geht ja gar nicht. Ich glaube, das hätte ich echt, weil der Bewährungsraum sonst nicht genutzt wird. Aber anscheinend... ...geht das auch so. Mal gucken. Wenn er offen bleiben kann, dann ist das halt ein Bewährungsraum, der offen ist. Ich glaube, das ging auch, ne? Darum bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Werden wir ja gleich sehen. Hatte ich hier drüben auch Bewährung? Ne, ne? Nur Besucher. Okay. So. Wie weit seid ihr mit der Zelle? Immer noch in Arbeit. Ah, die brauchen immer so lange. Mein Gott. Ich stelle noch ein paar Arbeiter ein. Klicke, 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 klicke. Wir erhöhen auf 200. Wir brauchen mehr Arbeiter. Die kosten ja auch nichts. Die kosten 50 am Tag oder so. Ja, sogar 100. Oh, dann. Aber das muss schneller gehen. Oder was kosten die am Tag? 100 am Tag. Dann halt 100. So. Und die sind auch alle sofort in Gang. So, der Stromverbrauch hier ist noch in Grenzen. Was sagt der hier drüben? Der könnte sogar noch mehr haben. Okay. Der hat auch die ganze Werkstatt hier. Aber die ist auch nicht so groß. So. Das haben wir. Hier würde ich eigentlich mal komplett die Wand abreißen. Nein, machen wir nicht. Machen wir nicht, weil sonst muss ich auch überall Metalldetektoren anbauen. Und so viel Strom haben wir da auch nicht mehr. Wieder die ganzen neuen. Das waren jetzt, glaube ich, die 54 Stück. Die Wärter sind, äh, die Arbeiter sind immer noch alle in Arbeit. 13 Jahre abgesessen von 31. Ah, Mist, die Autospeicherung. Die wollte ich noch auf später setzen. Oh, das dauert wieder ewig. Oh, ist das schrecklich. Ja, sorry, ich muss die noch ändern. Nochmal, dass er dann nicht mehr alle 30 Minuten speichert, jetzt wo ich am Stück aufnehme, sondern dass er dann durchgängig nicht speichert. Also so gar nicht. So. Das haben wir hier schon fast. Breites Sofa und Getränkeautomat fehlen immer noch. Aber die erholen sich erstmal alle. Da kommt das breite Sofa. Sehr schön. Sehr schön. Es muss nicht mal von Wänden umschlossen sein. Aber schon geil, dass sie das dann als erstes machen. Obwohl hier noch Sachen sind. Und das sogar näher dran wäre. Also, das kommt ja noch dazu. Jetzt noch schnell den Getränkeautomat. So, ist fein. Sehr gut. Aber ich kann ihn schon mal zuteilen. Nur für Personal. So. Damit die Häftlinge sich da nichts... Ja, Feuerzeuge oder... Ich glaube, die können sich hier Feuerzeuge klauen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Werden wir irgendwann nochmal genauer rausfinden, wenn ich auch mein, ähm... Ja. Mein... Flea-Gefängnis mache. Ist da überhaupt eine Lampe drin? Ich glaube nicht. Ist da Strom? Ja, ist es. Okay. Eine Lampe reicht. Hier sind auch Lampen drin. Da ist auch eine Lampe. Okay. Ist nur, weil der Wärter gerade nicht rumläuft. Müde und auf Patrouille. Dann ruhe dich doch aus. Schlagstock, Taser und Panzerweste. Ja, ich wollte noch vom Paintball erzählen. Also wir haben mit der Arbeit... Wir waren 14 Leute. Gegen 7 haben wir dann gespielt. Und, ähm... Ja, das Ganze lief dann so ab, dass wir am Anfang einfach so eine Warmwertrunde hatten. Jetzt kann ich mal ein paar Hundeführer einführen. Oder Hundeführer setzen. Ähm... Das war dann so eine... So eine 5-Minuten-Runde. Gehen wir auf 60 hoch. Die Kosten sind mir komplett egal. So. Ähm... Danach haben wir dann... Ja, Capture the Flag ist das nicht. In der Mitte war eine... War eine Flagge. Waren zwei Flaggen nebeneinander. An... An zwei Bändern. Wenn man an einem Band zog, dann... Wurde... Die... Andere Flagge angehoben. Wenn man dann an der Flagge gezogen hat, dann wurde seine eigene Flagge angehoben. Und dessen Flagge am Ende am höchsten war, hatte gewonnen. So, wenn man getroffen wurde, was, äh... Auf weniger als 2 Meter Abstand echt wehtut und manchmal auch auf 10 Meter Abstand echt wehtut. Wie gesagt, blaue Flecken. Ähm... Aber... Alles machbar. Wenn das Adrenalin erstmal schießt, dann geht das. Äh... Was wollte ich jetzt grad sagen? Genau. Wer getroffen wurde, musste die Waffe über den Kopf halten. Arme hoch. Ne? Ich ergebe mich. Zurück zur Basis. Und laut bis 10 zählen. Und dann kommt man wieder rein. Ähm... Die Runden haben jeweils so zwischen 7 und 10 Minuten gedauert. Waren aber so anstrengend, dass wir nach jeder Runde erstmal eine 15 Minuten Pause gemacht haben. Die Raucher haben dann eine geraucht. Ähm... Aber insgesamt, das war halt echt... Ja, das war super anstrengend. Aber auch super spaßig. Kann ich jedem nur empfehlen. Macht echt Laune. Die zweite Runde war dann... Äh... Domination. Wir haben... Sind... Haben die Map gewechselt, wenn man das so sagen darf. Wir haben halt den Platz gewechselt. Da waren mehrere Häuser ohne Dächern. Also so Räume. Wie hier. Halt ohne Dach. Und die drei in der Mitte hatten jeweils eine Flagge. Oder zwei Flaggen oben drüber. Und das Team, was am Ende der Zeit die meisten Räume besetzt hatte. Mit mehr Personen als die Gegnermannschaft. Hatte gewonnen. Gleiche Regelung. Wer getroffen wurde, musste bis 10 zählen. In der Basis natürlich wieder. Und dann haben wir nochmal eine schöne Runde Captures of Lag gespielt. Auf dieser Häuser-Map. Ähm... Und Captures of Lag war dann in der Basis. Waren jeweils eine Flagge. Und wessen Team beide Flaggen hatte, hatte dann gewonnen. Äh... Da muss ich sagen, beide Teams haben mit circa vier Leuten verteidigt. Also es war unmöglich, da ranzukommen. Da gab's dann auch nach zehn Minuten keinen Gewinner. Ähm... Also Last Man Standing sozusagen mit zwei Leben. Und das Coolste daran war, einer meiner Arbeitskollegen, ein ziemlich hohes Tier bei mir auf der Arbeit, hatte eine Wette gegen die anderen Arbeitskollegen verloren und musste deswegen in dieser Runde in einem Gorilla-Kostüm rumlaufen. Das war... Also ich muss sagen, das fand ich super geil. Er hat's auch gemacht ohne zu mohren. Äh... Ich fand's echt cool. Das hatte ich so noch nicht auf der Arbeit, dass der, ja, Chef oder führende Angestellte oder wie man das nennen will, sich wortwörtlich so zum Affen gemacht hat. Also ich hab jetzt nicht weniger Respekt vor ihm, aufgrund von dem sogar eigentlich eher mehr, weil er sich an seine Absprache gehalten hat. Und das auch wirklich... Also das hat wirklich zum Spaß nochmal einen oben drauf gesetzt. Das war echt klasse. Ähm... Kann ich also wirklich jedem nur empfehlen, so eine schöne Runde Paintball, wenn man ein paar Freunde hat, immer ran damit. Es gibt auch, also zumindest da, wo wir jetzt waren, das war in Dänemark, ähm... Da, wo wir jetzt waren, der... Die haben im Sommer immer so Veranstaltungen, wo sozusagen offene Runden sind. Es kommen halt einfach alle hin, die hinkommen wollen und werden dann in Teams aufgeteilt. Und da gibt's natürlich Gewinnerpunkte. Also Punkte für den Sieger. Und nachher ein... Einen Preis. Das war also auf jeden Fall super geil. So, durchsucht mal den Zellenblock. Und bitte auch bei den Familienzellen. Muss ich das jetzt hier bei jedem Einzelt machen? Ich mach das jetzt mal bei denen hier. Mal schauen. Sind natürlich wieder nur sechs Werter gerade frei, trotz dass ich auf 300 erhöht habe. Den nehmen wir auch noch mit. Und das muss dann reichen. Weil von hier sind sie glaube ich nicht dran. Dann würde ich das hier auch schon sehen. Weil das irgendwie da durchgehen würde. So. Das haben wir. Also das war echt mega spaßig. Geiler geht's kaum. Also. Boah. Ich feier es immer noch total. Richtig geil. So. Da haben wir die Hundehütten. Das hier ist jetzt alles fertig. Da fehlt ein Bett. Oder steht das da? Das steht da. Okay. Jetzt kommt's. Einmal schauen, wann das gebaut wird. Ziegelwand bauen. Wann kommt er? Wir sind jetzt bei 850 Häftling. Mal gucken, wie voll das dann knallt. Zur Zeit kommt nur ein Häftling dazu. Also. Ein Häftling zum Vollbelegen. Zwei. Mal gucken, wann die Ziegelwand gebaut wird. Hoffentlich schaffen die das noch, bevor die ganzen Häftlinge kommen. Dann knallen wir den nämlich auch noch durch. Na komm. Besucher Häftling. Ach, da steht sogar auf welcher Seite was sitzt. Okay. Die Ziegelwand. Die Ziegelwand. Na komm, na komm, na komm. Ah. Jetzt beeilt euch doch mal. Dringend. Da kommt eine Lampe. Das ist immer noch keine Ziegelwand. Ach, die Lampe soll jetzt da nach rechts. Edwards mit einem Kind dabei. Ein Todesfall heute wieder. Da, jetzt kommt einer. Wo bist du? Wo bist du? Er ist auf dem Weg. Da soll ein Tunnel sein. Okay. Wir machen nochmal eine Razzia. Na komm. Lauf, Digga. Lauf. Jetzt beeil dich mal ein bisschen. streng dich an. Das ist wichtig, das hier. Das soll noch gemacht werden in den nächsten dreieinhalb Minuten. Bevor die Folge zu Ende ist. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall. Es sind immer noch sechs Hälftlinge. Und hier in die Gemeinschaftszelle unten, so wie in den Zellen oben, dürfen ja alle Leute rein. Also ich habe echt nur halt dafür gesorgt, dass es egal ist, wer kommt. Um halt nochmal das Gefängnis voll zu knallen. Da kommt er. Oh, endlich. Um halt noch so viele Leute wie möglich reinzukriegen. Ich habe auch nochmal zwischenzeitlich geguckt. Wir haben immer noch nicht ausgeschöpft. Also wenn ich auf voll Belegen mache, dann kommen 300 auf einmal. Äh, nicht voll Belegen. Wenn ich einfach alle mache, dann kommen 300 auf einmal. Also, äh, es gibt noch genug böse Jungs oder Mädels da draußen, die man nehmen kann. Hier in die Zelle. Ins Gefängnis. Natürlich. Ah, jetzt gibt Gas. Gibt Gas. Beeil dich. Die Zuschauer schlafen ein. Ja, da ist gerade offen. Ich sehe das. Ihr seht das vielleicht auch, wenn ihr nicht gerade am Handy guckt. So, da kommt er. Wir zoomen immer weiter ran. Dann können wir ihn bei seiner heroischen Tat des Bauens beobachten. So. Na komm. Oh, das machst du ganz toll. Super machst du das. So. Und. 850. 850. 850. Ja, komm. Update, bitte. Ein Update. Ich weiß, dass du das kannst. Komm jetzt. Ich weiß, dass du das kannst. Oh Gott. Der muss jetzt wahrscheinlich so viel berechnen. Beeil dich. Ich bin echt gespannt, wie viele das sind. Das müssten echt super viele sein. Also, super viele. Das Bett da steht irgendwie immer. 994. Das machen wir jetzt noch voll. Die 1000. Steht da ein Etagenbett. Da steht ein Etagenbett, was ich nicht sehen kann. Okay. Äh. 94. Das heißt, wir brauchen drei. Eins. Nein, 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 nein. Eins. Zwei. Drei. Dann kommen wir auf die 1000. Und jetzt kommen 135 Heftlinge dazu. Und da wird schon wieder ein Tunnel angezeigt. Da auch. Haben wir hier einen gefunden. Wird ja auch nochmal. Ne. Kein Tunnel gefunden. Da wird immer noch einer angezeigt. Jetzt habt ihr alle nichts mehr zu tun, ne? War ja klar. Hier könnt mal Post wegtragen. Das könntet ihr mal machen. Die. Ja. Hier ist immer noch Stau. Aber ich hatte da schon. Gehwegplatten gelegt, ne? Ja. Damit die schneller vorankommen. Aber wegen den Türen und so kommen sie immer noch nicht schneller voran. Die blockieren sich auch gegenseitig. Ist aber egal. So. Betonplatten. Habe ich hier überall gelegt. Sind überall Betonplatten. Dann stellen wir nochmal ein paar Gärtner ein. Okay. Das war jetzt Hausmeister. Egal. Die machen wir dann auch nochmal. Aufruft sich. Und dann kommen noch mal ein paar Gärtner. Da gehen wir mal. Auf 25. Auf die Hälfte. Der Hausmeister hoch. So. Und zum Abschluss noch eine Razzia. 8.850 Plätze, die durchsucht werden müssen. Äh. Ein paar Wachen vielleicht noch. Ich weiß, ich übertreibe jetzt völlig. Aber das machen wir. Oh, komm. Oh. Selbst das Drücken dauert hier zu lange. Schade, dass man nicht gedrückt halten kann. Klick, 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 klick. Ja. Sehr gut. Haben schon fast alle. Ja. Und der letzte. Sehr schön. Sehr schön. 350 Wärter auf 1000 Häftlinge. Perfekt. So. Ich lasse die Razzia durchlaufen. Und dann sehen wir uns gleich wieder in der nächsten Folge. Haut rein. Tschö. 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 Bis zum nächsten Mal.